Neben mir steht jetzt Felix Loch, einer der Favoriten am Wochenende. Was macht er hier eigentlich gerade? Ja gut, wir sind jetzt hier gerade beim Schlitten. Im Endeffekt versuchen wir den Schlitten bestmöglich abzustimmen auf die Bahn, auf die Verhältnisse. Und das machen wir mehr oder weniger jeden Tag. Und ja, es ist immer nicht ganz so leicht, dass man da das richtige Setup findet. Muss man viel probieren, aber über die Jahre hat man einfach, sag ich mal, ein bisschen Erfahrung und weiß dann am Ende, was man machen muss, um am Ende ganz schnell zu sein. Du bist vor einer Woche Weltmeister geworden. Wie hat sich das angefühlt? Ja, mir ist natürlich ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil die Saison eigentlich bis dahin ja nicht ganz so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen war das ja richtig gut. Wir haben zur richtigen Zeit die richtigen Sachen am Schlitten verändert und dann hat alles gepasst. Und ich würde mal sagen, ja, alles richtig gemacht. Denkst du noch oft an Olympia 2018? Ja, eigentlich kaum. Natürlich, ja, weiß jeder noch, was passiert ist. Der Fahrfehler im vierten Lauf. Ja, aber es war, sag ich mal, ein Fahrfehler. Und ich denke mal, ich habe das Rodeln nicht verlernt. Bin ja auch direkt nach Olympia nochmal beim Rodeln bzw. Materialtesten gewesen. Habe dann auch gemerkt, ich kann auch Rodeln und habe es jetzt heuer auch gesehen. Also es ist nicht so, dass ich das nicht mehr drauf habe. Und natürlich denkt man daran das ein oder andere Mal, aber ich mache mir da, sag ich mal, keinen großen Kopf. Hast du danach Alkohol getrunken? Ja, natürlich haben wir Bierchen getrunken, aber natürlich auch, weil ich mit den anderen zwei Jungs, also mit den Tobis und mit der Nathalie und mit dem Schorsch, natürlich dann doch auch angestoßen habe. Weil ich denke mal, die haben es sich auch verdient, haben da richtig geiles Rennen runtergezogen. Bei mir hat es ja leider nicht so funktioniert, aber das ist der Sport, das gehört mit dazu. Und da darf man am Ende dann den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern muss dann doch relativ schnell wieder versuchen, nach vorn zu schauen. Und ja, darf sich da nicht verrückt machen. Und ich denke mal, es hat in den letzten Jahren schon immer mal, sag ich mal, so ein paar Situationen gegeben, wo man aufpassen muss, dass man da keine Fehler macht. Und deswegen, das gehört im Sport mit dazu, es geht nicht immer nur nach oben, das ist, sag ich mal, wie im normalen Leben auch. Und da gehören Niederlagen einfach ganz normal mit dazu. Was war schlimmer, Olympia oder das erste Kaffee trinken mit den Schwiegereltern? Ja, da schon Olympia, weil die Schwiegereltern sind sehr, sehr nett. Also, nee, das passt auf jeden Fall. Da ist Olympia, denke ich mal, schon deutlich schlimmer gewesen, weil die Schwiegereltern doch sehr nett sind. Und freust du dich jetzt schon aufs Wochenende? Auf jeden Fall. Hier in Altenberg fahre ich wirklich immer sehr, sehr gern. Also, die Bahn liegt mir sehr gut, komme mir sehr, sehr gut zurecht. Wir waren heuer leider noch nicht zum Training hier. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil sonst, sag ich mal, haben wir hier mindestens eine Woche im Herbst, die wir da sind. Aber ich denke mal, dass alles passt. Die Bahn steht sehr, sehr gut. Eigentlich wirklich wie jedes Jahr, das haben sie hier richtig gut im Griff. Und deswegen freue ich mich schon jetzt aufs Wochenende, aufs Rennen. Und ja, lassen wir uns überraschen, was rauskommt. Das wird mit Sicherheit wieder ein spannendes Rennen. Danke für Ihr Erfolg. Danke. Danke. Danke.